so ihr lieben hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge arc survival evolve was jetzt eigentlich schon wieder makulatur ist denn es ist scorched earth expansion pack das ganz neue heute frisch rausgekommen und mit mir hier im video sind heute der nick und der tingel hallo und wir schauen uns das spiel jetzt mal an ich habe hier gerade den charakter erstellt habe gar nicht viel gemacht ich habe nur die haarfarbe geändert und die augenfarbe und jetzt mache ich schon einen neuen überlebenden ich bin mir nur jetzt noch unsicher wohin ob midlands oder south weil das ist beides easy wenn man hier weiter runter scrollt dann sieht man dass da noch medium und hart ist und das traue ich mich nicht ich nehme einfach den ersten punkt midlands 4 easy und erstelle einen neuen überlebenden jetzt bin ich gespannt aber ich bin aber jetzt wirklich gespannt hammer also vom video sieht schon ganz anders aus wir jucken uns zwar immer noch am handgelenk aber die umgebung ist völlig anders das ist eine reine wüste hier und sieht ein bisschen post apokalyptisch aus ihr zwei habt ihr auch schon ein bild ja übertragung läuft es weiter die titile melodie ist anders wenn du reinspringst ja viele kaktien ja und allgemein viele büsche aber sieht doch geil aus cool aber kein baum ich bin jetzt ein bisschen einfach mal versucht mit der faust auf kaktus zu schlagen es gibt bestimmt gut es gibt bestimmt schaden meinst du da oben sind bäume level up verfügbar nur durchs atmen das ist cool da kommt auch direkt was habt ihr das gesehen ne die denk an übertragung ist ein bisschen zurück achso ok da kam direkt was angerannt da ist ein känguru achso ja das sind die neun ah ne das war ein wolf ja das ist ein känguru auf jeden fall ja also wir mit ja wie ihr mitgekriegt habt haben wir hier eine verzögerung von ungefähr einer minute ich mach mal grad ein level ab ich brauche leben aber das übliche ist noch da also wir können noch die ganz normalen sachen bauen lagerfeuer und so ein krempel tingle siehst du auch was ja ja ich sehe es alles ein bisschen später ein bisschen langsamer aber ich sehe es ja kein bisschen rucklich aber das ist halt die steam übertragung das ist normal da oben sehe ich auf jeden fall schon eine schlange das ist ein wolf die kennen wir schon könnten mal ein paar fasern sammeln steine kann man auch sammeln also ganz normal wie gehabt du kannst sand sammeln sand habe ich sand gesammelt ja in demselben moment wo du stein gesammelt hast ja guck mal hier wird wahrscheinlich hoffentlich würde ich mal sagen zum glasbrenn benötigt das wäre auf jeden fall logischer ja in dem trailer hat man ja ein paar gebäudestrukturen gesehen die tatsächlich auch glas beinhaltet haben aber wenn du mit der maus drüber gehst stand da gerade was von clay wenn ich das richtig gesehen hatte ich verprügel mal gerade hier den kaktus da kriege ich auf jeden fall kaktus zapp raus ich krieg holz raus und stroh jetzt bin ich gerade heilfroh dass ich meine 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 ernsterate hochgestellt habe also spitzsacke habe ich und ich bin am schützen ist ich denke mir die ersten level werden entscheidend sein dass man da fortigkeit wird also resistenz sollte ich ja oder du solltest schnellstmöglich anfangen die die klaus-armor zu machen wo ich ganz viele von diesen sträuchern einsammeln stoffhose und so ein krempel ne richtig und ein speer sollte ich mir vielleicht auch machen das wäre mal wichtig ja erstmal die grundlag als knüppel würde ich nicht machen ne eben und wenn da schon ein wolf rumrennt richtig ja also bei sand steht used to craft clay can be found in sand rocks ok da hinten sind dino knochen die liegen da rum vielleicht mal gerade ein paar klamotten machen so das herstellen reicht wieder nicht nämlich noch mehr farben hier kasern sammeln wie blöd ja das ist ja anfangs immer dasselbe ja 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 ich habe nur gleichzeitig ein bisschen die umgebung im auge nicht dass der wolf gleich um die ecke kommt so schnell renne ich nicht ach du kannst es doch wenigstens mal versuchen das ist fast so blöd wie von einem raptor weg rennen das klappt auch nie auch doch wenn du ein gewisses level erreicht hast ich höre gerade ein paar insekten keine gute idee ja ja ich höre sie ich habe aber noch kein speer und kein gar nichts mal ganz schnell bauen geht nicht weil fehlt oh nein ich bin tot das ging zu schnell ich bin tot titanomyra soldat level 8 der war mein verhängnis ja jetzt muss ich erstmal gerade warten das spiel das ist abgestürzt fatal error oh sehr schön sehr toll version 246 0 shooter game exe tralala gedönse ja dann ihr lieben war das der erste teil der erste versuch und ich werde dann gleich noch einen zweiten starten mal gucken ob ich den dann noch hinter das erste video direkt hinten dran klebe da muss ich ja doch schneiden lernen ich habe es geahnt irgendwie sowas musste ja kommen also macht's mal gut ciao bis zum nächsten mal oder bis in ein paar minuten